Achtelnoten Die Viertelnoten werden zu Achtelnoten abermals geteilt, so dass unsere Notenpizza, unser Notenkuchen nun acht gleiche Teile hat, wobei zwei Achtelteile gleich ein Viertelteil lang sind und acht Achtel eine ganze Note ergeben. Um die Achtelnoten von den Viertelnoten unterscheiden zu können, erhalten Sie oben am Hals ein Fähnchen bzw. bei einer anderen Darstellungsweise einen Balken. Hier zu den Achtelnoten eine weitere Übersicht. Eine Viertelnote ist zwei Achtelnoten lang, eine halbe Note ist vier Achtelnoten lang und eine ganze Note ist acht Achtelnoten lang. Achtelnoten werden eins und zwei und drei und vier und gezählt. Die Zahl immer auf den ganzen, den Viertelschlag und und auf den Achtelschlag dazwischen. Zur Übersicht auch nochmal das Kreisdiagramm. Hier sehen wir die verschiedenen Flächen für halbe, Viertel und Achtelnoten. Übung Nummer 3 Bei Übung Nummer 3 spielen wir nun Viertel- und Achtelnoten. Wir sehen unter den Noten die Zählweisen zur Erleichterung, auch noch die Zählzeiten, die nicht erklingen, in Klammern. Bei dieser Übung spielen wir zusammen die Viertel- und Achtelnoten. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 Wir wiederholen das Ganze 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 und 4